Schau auf die Beine. Geh da hin. Du wirst warten, bis ich dich finde. Ich denke, dieser ist hier. Wir wissen, wer du bist, und wir kommen für dich. Geh da, du sons of bitches. Ich denke, dieser Schrelzen. Hey, schau hier! Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Ab dich! We got one more, Charles! Puh! So. Waren das nicht nur zwei? Da drüben? Hey! Ich sehe etwas auf dem Boden hier. Ich sehe dich! Ich sehe dich! Ich sehe dich. Ich sehe euch. Du kannst nicht weit weg. Okay. Das ist schön, wenn er noch nicht weit sein kann. Dann bleibt er da hocken. Ja, such doch mal. Ja, such doch mal mit. Wie wär's denn? Oh, toll. Er ist mir. Ich nehme ihn. Du kommst hier raus. Du bist mein Freund. Du bist nicht dein Freund? Ich gebe dir Geld. Ich will es. Na ja, dann wäre mal noch gut. Das war knapp. Oh, verdammt. Danke. Natürlich. Du bist okay? Ja, ich bin okay. Okay. Ähm. Das wäre auch geil, Arthur, wenn du mal deine Waffe ziehen würdest. Was hältst du denn davon? Okay. Was hältst du denn? ganz toll oh, gib mir doch mal aus dem Weg mein Gott oh, 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 oh ich würde sehr gerne mitnehmen, aber können wir nur Trelawney und gehen? Oh, 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 oh Wie lege ich denn das ab? geht doch mein gott warum nicht mein habe ich ja verloren draußen also nehme ich den hier mit mr trelawney da oben ist er irgendwo ok Okay. I was an intellectual, come down here from Oregon, looking for a job at the University. Of course, they didn't believe me. Seems you stirred up quite a hornet's nest in Blackwater. So I keep hearing. It might be best if I stay with you, gentlemen, for a while. Can't go back to that caravan now. All right, Charles, you take Trelawney back to camp, I'll catch up with you. Okay. There always seems to be more, more and more civilization. I want to get back in the open country of the West, or what's left of it, but even that ain't the way I remember it. Okay. So, what do we do now? Das ist hier. Oh, je? Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Was soll's. Ich würde sagen, wir retten jetzt mal da hin. So. Wo haben wir denn den Guten da vorne? Arthur! Are you busy, Arthur? Why? Well, I know you think I'm just some effete buffoon. A what? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I've... I've found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stage? No, never. Why, who would have even thought? Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend and he's going to give you all the decent robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. I could require a whole life. So where do we find this friend of yours? Rhodes! Okay, das klingt nach einem neuen Postkutschenraub. Wo ist er denn hier? Remember me, boy? So, muss ich das auch hasten markieren? Nee. Mensch. Geh doch mal raus. Geh doch mal raus. Geh doch mal raus. So, dann wirst du jetzt deine Postkutsche. Ach so, wir müssen uns das Infos holen, wann die Postkutsche kommt, ne? Okay. Ja, dann rede mal, mal gucken, ob du was rauskriegst. Okay. Okay. Okay.